Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch über das Thema sprechen, ob der Uhrenhype vorbei ist. Seht es als eine Art Podcast mit Videountermalung. Ich blende euch hier und da mal entsprechende Uhren ein, über die ich rede. Ansonsten lasst euch berieseln und ich teile meine Gedanken hier mal mit euch. Wenn euch sowas gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne den Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Ja, eine große Frage, ist der Uhrenhype vorbei? Um es direkt vorwegzunehmen, meiner Meinung nach nein. Der Uhrenhype ist nicht vorbei, der Uhrenhype hält an und der Uhrenhype wird auch weiter anhalten. Was man sich allerdings fragen kann, ist ob der Hype um spezielle Marken und spezielle Uhrenmodelle, allen voran beispielsweise Rolex, Audemars Piguet oder Patek Philippe, einen Dämpfer bekommen hat, wenn nicht sogar vorbei ist. Das könnte tatsächlich sein, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es hier die ein oder andere Uhr, das ein oder andere Modell, wo einige Preise jetzt mittlerweile die Richtung gewechselt haben und nicht mehr steil nach oben gehen, sondern steil nach unten. Jetzt nicht so, dass man sagt, sie stürzen ins Bodenlose, aber es ist eben nicht so, wie es noch vor ein paar Wochen war. Ich habe jetzt mal ein paar Gründe herausgesucht, warum es sein könnte, dass der Hype vorbei ist, zumindest jedoch einen Dämpfer bekommt. Diese möchte ich euch hier mal auflisten. Es gibt auch einige Gründe, die dagegen sprechen, so viel sei gesagt. Ich konzentriere mich hier aber erstmal darauf, was könnte dafür sprechen, dass der Hype vorbei ist und schließe das Ganze dann mit meiner Meinung zu diesem Thema und versuche das Ganze einzuordnen. So, fangen wir mal an. Es gab in verhältnismäßig kurzer Zeit einen immens hohen Preisanstieg bei den verschiedenen Modellen, wie beispielsweise eben bei Rolex oder bei Patek Philippe. Wir haben in den letzten ein bis zwei Jahren einen immer wieder größer werdenden Anstieg der Preise gesehen, aber dann in verhältnismäßig kurzen Abständen, wie beispielsweise in den letzten, also bevor es bergab ging, in den letzten acht bis zwölf Wochen, gingen dann nochmal Schübe von mehreren 10.000 Euro nach oben. Das heißt, es wurde sich immer weiter nach oben überboten, was die Verkaufspreise verschiedener Uhrenmodelle angingen. Das könnte für eine Blase sprechen, die sich immer weiter aufgeplustert hat und mit diesen weiteren Schüben praktisch irgendwann überhitzt und sich so weit aufplustert, dass sie platzt, sodass sich der Markt jetzt nach unten korrigiert. Das könnte sein, das muss nicht sein, aber man sieht im Moment, dass eben der Trend nicht mehr ganz so krass bergauf geht, wie es mal der Fall war. Des Weiteren haben wir Krisensituationen weltweit. Wir haben Situationen, die wir Jahrzehnte nicht hatten zum Glück, von denen wir verschont geblieben sind, die sich jetzt in den letzten Jahren allerdings geballt haben. Und gerade dieses Jahr, wo alles auf uns einprasselt und weltweit wirklich Situationen auf uns einwirken, die sich kein Mensch wünscht, ist es so, dass natürlich viele Menschen aus Unsicherheiten und aus Unsicherheiten am Markt generell ihr Geld beisammenhalten und vorsichtiger agieren. Das heißt, es wird nicht mehr so viel Geld angelegt, nicht mehr so viel Vermögen angelegt in beispielsweise Uhren, in Kunst, in Aktien. Der Kryptomarkt bricht ein. Es ist generell Unsicherheit zu verspüren, Vorsicht zu verspüren und es ist nicht mehr ganz so viel planbar bzw. so viel Stabilität sichtbar in den verschiedenen Märkten, in denen man Geld hätte investieren können. Das kann sich, wie gesagt, eben auch auf dem Uhrenmarkt zeigen und in den Uhrenmarkt niederschlagen. Ein weiterer Punkt ist, dass sich Zinsen wieder vermehren, Zinsen steigen an. Das heißt, es war bisher immer ein Grund des Hypes, einer von vielen, aber ein nicht unwichtiger Grund, dass man wegen der niedrigen Zinsen kaum etwas für sein Geld bekommen hat. Die Menschen sind deswegen in Sachwerte geflohen und haben ihr Geld eben beispielsweise in Uhren angelegt, weil sie dort viel mehr Rendite haben erwirtschaften können. Aktuell ändert sich diese Situation allerdings. Die Zinsen steigen extrem an, gerade in den letzten Monaten hat man es zum Beispiel am Immobilienmarkt gesehen. Wer gerade bauen will oder eine Finanzierung für den Kauf einer Immobilie braucht, der wird merken, wenn man vor ein paar Monaten oder sagen wir Ende, Mitte letzten Jahres hat finanzieren wollen, dann waren das noch teilweise unter einem Prozent, Anfang des Jahres teilweise um ein Prozent, die man hat zahlen müssen. Mittlerweile sind es zwei bis drei Prozent und es gibt Prognosen, dass wir bis Ende des Jahres ganz, ganz easy bei vier Prozent sind. Das ist natürlich ein extremer Anstieg. Das heißt, die sehr hohen Verkaufspreise, auch bei Immobilien beispielsweise, so sagt zumindest ein Teil der Profis, korrigiert sich nach unten. So auch meine Erfahrung und das, was ich beobachtet habe. Und der Markt für Leute, die eben Rendite in Sachwerten gesucht haben, wird etwas unattraktiver. Und deswegen könnte es sein, dass auch hier eben der Markt für die Uhren etwas schwächer wird und der Wert der Uhren etwas sinkt bzw. nicht mehr ganz so hoch steigt. Das sind mal drei, wie ich finde, gewichtige Gründe, die dazu beitragen bzw. die erklären können, dass wir zum einen vielleicht wirklich in einer Blase gelebt haben und zum anderen definitiv eine Korrektur des Marktes im Moment vonstatten geht, die im Prinzip begründet, dass ein Anstieg, so wie er bisher stattfand, nicht mehr stattfindet und vielleicht sogar eine Korrektur nach unten hin im Moment möglich ist und auch stattfindet und im Moment realisiert wird. Meiner Meinung nach, das habe ich aber eingangs schon gesagt, ist das kein Zeichen dafür, dass der Uhrenhype im Generellen vorbei ist, sondern dass einfach Preise, die überhitzt sind, sich im Moment noch gesundem Maße nach unten korrigieren. Ein Beispiel dafür, dass der Hype zum Beispiel noch nicht vorbei ist, ist, dass andere Uhrenmodelle abseits von Audemar Piquet und Patek Philippe jetzt an Wert gewinnen und an Beliebtheit gewinnen. Beispielsweise die Overseas von Vacheron Constantin, die wird immer beliebter und wird immer mehr gehypt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass mit Sicherheit der Markt insgesamt noch Potenzial hat, aber eben diese sehr überhitzten Modelle, diese sehr gehypten Modelle jetzt etwas abflauen, was die Preissteigerung angeht. Mir persönlich, und das ist meine Meinung, die kann man gut oder schlecht finden, das bleibt euch überlassen, ist, dass ihr Uhren nicht als reines Investment seht. Kauft Uhren, wenn sie euch Spaß machen, wenn ihr Spaß habt, sie zu tragen. Es ist absolut verständlich und nachvollziehbar, dass ihr darauf achtet, nicht zu viel Geld zu verbrennen. So rum macht es mehr Sinn. Aber Uhren aus reiner Gewinnerzielungsabsicht zu kaufen und diese Gewinnerzielungsabsicht auch in den Vordergrund zu stellen und nach der größtmöglichen Rendite zu streben, finde ich zumindest, macht das Hobby kaputt. Es gibt so viele Uhren-Enthusiasten, die Spaß an Uhren haben, die Spaß an Mikro-Brands haben, genauso wie an teuren Uhren, an Marken mit mehr Prestige, die sich freuen, solche Uhren zu tragen und denen wird das Ganze kaputt gemacht, indem eben immer mehr auf Rendite, auf Gewinnerzielungsabsicht geachtet wird. Von daher schaut euch die ganzen Mikro-Brands an, schaut euch die großen Brands an, kauft das, worauf ihr Bock habt, tragt die Uhren, solange wie ihr sie wollt. Wenn ihr sie dann mal verkaufen wollt, dann tut das, aber kauft eine Uhr nicht nur, um sie am nächsten Tag mit Gewinn weiter zu flippen. Das wäre sehr, sehr schade. So viel mal von mir zu diesem ganzen Thema. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht, euch zu berieseln, berieseln zu lassen mit meiner Meinung, mit ein paar Fakten und ich freue mich jetzt auf eure Meinung unten in den Kommentaren. Schreibt gerne, was ihr von dem ganzen Thema haltet, wie eure Einschätzung dazu ist und dann sehen bzw. hören wir uns wieder im nächsten Video. Macht es gut, bis bald, ciao.